Hallo zusammen, herzlich willkommen bei den Wiesner News. Heute reden wir darüber, warum da ein neues Bild an der Wand hängt, über das vielleicht beste Objektiv für Sternenfotografie und über was Schickes von Wildrocks. Also bis zum Ende dabei bleiben. Sony hat mich darauf hingewiesen, Sony Deutschland hat mich darauf hingewiesen, dass ich was Falsches gesagt habe. Ich habe letzte Woche gesagt, das neue 1635F4 wird erst viel später, erst im Juli oder so lieferbar sein. Das galt scheinbar mehr für den asiatischen Raum und nicht für Deutschland. Hier in Deutschland sollte es wie geplant lieferbar sein, wobei ich keine Stückzahlen gesagt bekommen habe. Das ist dann wieder das. Wir werden sehen, also wenn du planst, dir das zu kaufen, dann vielleicht gleich bestellen, zum Beispiel bei FotoHammer. Keine bezahlte Werbung, sondern einfach da kaufe ich meine Sachen bei FotoHammer und wir kooperieren in vielen Sachen und ich habe mit denen sehr gute Erfahrungen gemacht und der Besitzer ist ein Kumpel von mir. Also Ende Werbung, unbezahlterweise. Also Sony 1635F4, vielleicht noch ganz kurz. Aktuell ist bei mir kein Test geplant, weil ich immer wieder gefragt werde, mache ich so einen Test. Nö, ich bin zufrieden mit dem Vorgänger. Wenn der mir runterfällt, kaufe ich den Nachgänger. Ja, okay. Wobei, das hat ja auch so ein paar Einschränkungen. Scheinbar, ich hatte es nicht in der Hand. Aber wenn man sich die Tests so anschaut, ist die Meinung ja so ein bisschen durchwachsen. Und so, ja. Aber ich kann es nicht beurteilen. Ich kann beurteilen, dass Wildrocks eine Serie weißer Objektive rausbringt. Limitierte Edition, die machen das gerne mal mit Farben. Und jetzt ist weiß dran für Fuji. Wenn du also eine schwarze Fuji hast und da gerne ein weißes Objektiv dran hättest, bist du auf jeden Fall ein Eyecatcher. Ob das gut ist, sei mal dahingestellt. Aber es sieht tatsächlich überrascht. Ich habe sofort gedacht, als ich das gelesen habe, so ein Quatsch. Aber da habe ich mir angeguckt, es sieht echt schick aus. Aber man wundert sich. Schau dir vielleicht mal die Bilder an. Sieht schick aus. Ich hatte letzte Woche gesagt, Sigma plant voraussichtlich ein 172828-Gerücht. Jetzt kommt Tamron mit einem Gerücht. Wahrscheinlich haben sie das auch gelesen und da haben sie gleich erstmal geleakt. Wir planen auch eins. Die haben schon eins. Das habe ich auch. Dazu habe ich eine Review gemacht. Da war ich so zufrieden mit, dass ich es mir besorgt habe. 1728. Ich benutze es allerdings tatsächlich eigentlich nie. Das Problem ist ein bisschen folgendes. Ich habe das 1635-2.8 von Sony und das 1635-F4 von Sony. Warum soll ich das 1728 nehmen? Weil das 1635 ist nicht relevant, größer oder sowas und hat einen größeren Zoom-Bereich. Und Bildschervisierung. Zum Filmen ist das ein Thema. Von so her nutzt ihr das 1728 eigentlich gar nicht wirklich viel. Aber es ist halt Blende 2.8. Also wenn du Sterne fotografieren willst und willst nur ein Objektiv haben und das soll klein sein, ist das interessant. Also da kommt vielleicht ein Nachfolger. Samsung liefert, hat neu herausgebracht, T7. Das ist kein VW-Bus, sondern das ist eine SSD-Festplatte. Und die soll ganz besonders tough sein. Liebes Samsung-Team, schickt uns doch mal eine. Da haben wir letztes Jahr unser witzigstes Video mitgemacht, an dem wir, wir heißen in dem Fall Felix, Röser, der Sebastian und ich, wir drei hatten einen Riesenspaß dran und ganz viele von euch auch. Ich verlinke das nochmal, das ist ein Video so richtig zum Weglachen. Ich muss jetzt schon wieder lachen, wenn ich nur daran denke, wie viel Spaß wir daran hatten. Also liebes Samsung-Team, schickt uns doch mal eine T7. Wir haben da Spaß mit. Will ich nicht mal Geld für haben. Ich will auch Spaß haben. So, Nisi 15mm. Nisi kennt man eigentlich eher als Firma, die Filter herstellt. Die bringen scheinbar auch Objektive, wusste ich nicht. Und die bringen ein 15mm Blende 4 für verschiedene Anschlüsse. 15mm Blende 4, Festplattenbreite, klein, kompakt, Landschaftsfotografie, macht total Sinn. 72mm Filterdurchmesser, macht auch total Sinn. Und das Besondere ist jetzt folgendes. Die sagen, sie haben tolle Sonnensterne bei jeder Blende. Normalerweise ist es so, du musst die Blende zumachen, große Zahl. Und das hat einen Haufen Nachteile. Das Objektiv ist bei Blende 22 in der Regel am schlechtesten, optisch, weil die Bildqualität bei geschlossener Blende immer weiter nachlässt irgendwann. Und du brauchst halt extrem viel Licht. Gut, wenn die Sonne scheint, hast du genug Licht. Aber wenn du abends in der Stadt Lichtsterne produzieren möchtest mit Straßenlaternen, dann ist das ein großes Problem, auf Blende 22 zu gehen. Wenn du das auf Blende 4 machen kannst, ja, ist natürlich cool. Wusste ich nicht, dass es es gibt. Also sehr interessant finde ich das Ganze. Nur um es einmal auszuprobieren, werde ich es mir jetzt nicht kaufen. Aber ich würde es eigentlich ganz gerne mal ausprobieren, weil ich das einfach technisch interessant finde, ob das nachher tatsächlich vernünftig funktioniert oder was da so die Nachteile sind. Es hat einen manuellen Fokus, ist deswegen relativ preisgünstig. Aber Landschaftsfotografie 15 Millimeter kann man auch manuell fokussieren. Das spricht ja, ist ja völlig egal. Das ist ja gar kein Problem. Von so her, interessant. Ganz was anderes. Zeitschriften sterben. Da habe ich im Spiegel gelesen, Artikel, dass Zeitschriften sterben beschleunigt sich. Ist ja schon seit Jahren ein Thema. Ist für mich natürlich relevant, weil wir von der Zeitschrift leben. Und ich bislang immer gesagt habe, es geht uns ziemlich gut, aber es ist tatsächlich schwierig geworden. Und zwar steht da drin und ist tatsächlich so, Papier. Es gibt kein Papier und wenn, dann ist es furchtbar teuer geworden. Wir drucken, haben jetzt diese Woche gedruckt, die Januar-Ausgabe haben wir im Mai gedruckt. Weil als ich Papier bestellen wollte, hat die Druckerei mir gesagt, ja, stell dich hinten an. Es gibt kein Papier mehr. Der Hintergrund ist unter anderem, dass die ganze Welt plötzlich viel Karton braucht. Weil jeder im Online-Internet bestellt. Das heißt, die Welt braucht viel mehr Kartons. Und Karton hat eine größere Marge als Papier. Das heißt, viele Papierfabriken haben auf Karton umgestellt. Dementsprechend gibt es kein Papier mehr. Und China kauft Holz und Kanada kauft Holz und so weiter. Alles schwierig. Aber jedenfalls Karton ist ein großes Thema. Es hat sich wieder ein bisschen normalisiert. Aber nicht normalisiert haben sie natürlich die Preise. Wenn der Preis 30 bis 50 Prozent höher ist für Papier und man hat einen Verlag und lebt von Papier, dann ist das natürlich ein Problem. Das ist für uns auch ein Problem natürlich. Also alles gut. Aber das war jetzt tatsächlich ein schwieriges erstes Halbjahr, weil mir eine Ausgabe gefehlt hat und so weiter. Dann vielleicht am Rande noch so ein bisschen Cyberwar ist tatsächlich da. Auch so eine Corona-Folge natürlich so ein Stück weit. Internetkriminalität hat die letzten Jahre drastisch zugenommen. Dafür sind normale Einbrüche, haben nachgelassen. Das ist klar. Jeder ist zu Hause im Homeoffice. Einbrecher sind auch im Homeoffice und lernen halt jetzt irgendwie Hacking. Und es ist tatsächlich immer öfter, liest man das ja auch in der Zeitung, dass tatsächlich auch Filmen angegriffen werden. Nicht um Geld zu klauen, sondern um sie lahmzulegen. Ich verlinke mal einen Artikel bei Heise, wo mal wieder, auch nicht das erste Mal dieses Jahr, Windturbinen ausgefallen sind. Oder die Steuerung von Windturbinen ausgefallen ist durch Hackerangriffe. Gerade Energieversorgung ist natürlich ein Thema. Und wenn ich ein Land schaden wollte, dann würde ich auch als erstes nachdenken, so, wie schalten wir denn mal Strom ab? Weil schalten wir bei einem Land das Strom ab oder ein Teil des Stromnetzes ab? Es gibt ein sehr spannendes Buch, Blackout. Das ist ein geiles Hörspiel, also richtig, richtig gutes Hörbuch. Das lohnt sich auf einer langen Autofahrt. Dann hältst du unterwegs irgendwo im Supermarkt an und kaufst Wasser. Denk mal drüber nach, ich habe ein paar Liter Wasser in der Garage stehen. So, vor ich zahlbe. Und ich habe rausgefunden, unser Wassertank, wir haben zu Hause einen Wassertank. Tipp von meinem Schwager. Da, die Wassertanks haben immer so einen Nothahn. Da kann man also immer, zur Not könnte man den Wassertank, da ist dann irgendwie, keine Ahnung, 200 Liter drin oder so. Also wir hätten zur Not 200 Liter Wasser im Wassertank, um ein paar Tage Wasser zu haben. Weil in dem Blackout geht es darum, woher gibt es Wasser, wenn kein Strom, kein Wasser. Kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Das war wirklich spannend. So. Ganz was anderes. Sterne fotografieren. Wenn du dich für Deep-Sky-Fotografie interessierst, also so richtig so Nebel und so weiter mit dem Tele ins Weltall rein fotografieren. Das war relativ aufwendig und bislang auch ziemlich teuer gewesen. Das kann man aber durchaus auch machen mit einer normalen Kamera und einem Teleobjektiv. Dann muss man aber irgendeine Form von Nachführung haben. Weil die Erde dreht sich. Das heißt, wenn die Erde sich dreht, sind die Sterne verwischt. Also muss die Kamera sich mitdrehen. Das kann man mit einem Trecker machen. Und da gibt es eine Firma, die hat ein Produkt, das heißt Skywatcher Star Adventure. Das gibt es schon. Es gibt einen Nachfolger scheinbar jetzt demnächst. Dazu habe ich ein Video gesehen. Das verlinke ich mal. Schau dir das mal an. Total crazy. Weil da verbindet sich mit dem Handy. Und das Handy weiß, wo es ist. Und wenn du einmal eingestellt hast, wo der Polarstern ist, dann kannst du auf der Handy-App sagen, Stern X. Und dann Stern X. Und dann hast du Stern X fotografiert. Wie cool ist das denn? Weil ich habe keine Ahnung, wo Stern X ist. Polarstern finde ich noch. Und danach war es das. So irgendwie großen Wagen. Mehr weiß ich nicht. Das heißt, du kannst auf dem Handy auswählen, wo welcher Stern ist oder welcher Nebel oder so was und so weiter. Und der trägt dann selbst dahin. Weil der weiß das ja. Also das Handy weiß ja, wo es ist. Also ziemlich cool. Das sieht so aus, als wenn ich das bedienen könnte. Und es ist nicht furchtbar teuer. Also viel günstiger, als ich erwartet hatte für sowas. Also wenn das in Deutschland verfügbar ist, glaube ich, dann muss ich mir mal eins bestellen. Weil wir wohnen hier in so einem Dark-Sky-Resort im Grunde. Ist nicht offiziell, aber es ist so. Nachts alles Straßenlaternen aus. Es gibt hier keine Industrie. Es gibt hier nichts. Außer Wald und Heide und Wölfen. Und deswegen wäre es eigentlich sehr, sehr prädestiniert. Ich könnte mich hier aufs Dach setzen und Sterne fotografieren. Und hätte gar keine Lichtverschmutzung nachts. Also da denke ich ernsthaft drüber nach. So. Dann bleiben wir kurz bei Sonne und Sterne. Es gibt eine App, die heißt SunnyTrack. Der Entwickler kommt aus Österreich. Der hat mich angeschrieben. Ich kenne die App selbst nicht. Ich habe nur die Homepage angeguckt. Sieht ziemlich gut aus. Wir haben ja letztes Jahr rausgebracht, das Landschaftsfotografie-Tutorial im Grunde. Also ein Videokurs zum Landschaftsfotografie-Lernen. Und ein Thema dabei ist halt auch, eben wie plane ich denn? Wie plane ich denn, wo, wann die Sonne aufgeht, wo der Mond steht und so weiter. Und ich nutze zum Beispiel Fotopills als App. Das SunnyTrack macht sowas Ähnliches im Grunde. So von der Homepage her jedenfalls. Gibt es neu für iOS? Also die Android-User unter euch kennen das vielleicht schon. Neue gibt es auch für iOS. Vielleicht bei denen mal vorbeischauen. Wenn du also da so einen pfiffigen Österreicher unterstützen möchtest, fühle dich frei, dir die App mal anzuschauen. SunnyTrack. Keine bezahlte Kooperation. Der war einfach nett und hat mich darauf hingewiesen. Nicht nett, aber interessant. Apple. Die haben gerade Quartalszahlen rausgebracht und natürlich ein großes Geld gemacht. Und nebenbei der Computermarkt, der sinkt. Also immer weniger Verkäufe, ist ja klar. Nur Apple, Macs. Macs verkaufen sich sehr, sehr gut. Die haben mehr verkauft als im Jahr davor. Und zwar die Hälfte davon an neue User. Und das ist tatsächlich etwas, was ich selbst auch beobachtet habe. Disclaimer, ich habe Apple-Aktien. Weil viele im Bekanntenkreis inzwischen auf den Mac gewechselt haben. Oder zumindest mit sich ringen. Gerade im Fotografiebereich. Weil du brauchst viel Rechenpower, willst unterwegs sein, mobil und so weiter. Und es gibt meiner Meinung nach keine besseren Macbooks, also keine besseren Laptops als die Macbooks. Mit M1, welcher Variation auch immer. Unter Fotografen haben inzwischen, ich kenne kaum noch einen, ich glaube der Felix Röser. Hat der inzwischen gewechselt oder ringt der immer noch? Muss ich mal fragen. So der einsame Mohikaner, der noch so einen Windows-Rechner hat. Aber sehr, sehr wenige inzwischen nur noch, weil der M1-Chip, der hat viel geändert. Und wenn man den mal hatte eine Weile, will man auch nicht mehr zurück. Weil kein Lüfter, ewige Akkulaufzeit, super viel Power. Also super viel Power. Und dann ist der Preis plötzlich relativ attraktiv. Und vor allem auch der sehr, sehr gute Bildschirm. Gerade jetzt bei den Macbook Pros. Die aktuellen, das ist das 16er Modell. Der Bildschirm ist halt auch echt gut. Das macht halt als Fotograf schon noch was her, einen guten Monitor zu haben am Laptop. Dann Handy. Sony Xperia 1 Mark 4. 1 Mark 4, können wir nochmal drüber nachdenken. Kommt scheinbar nächste Woche. Das sage ich deswegen, weil wir den Vorgänger, da haben wir ein Review zu gemacht. Und die sind so ein bisschen innovativ unterwegs. Die haben zum Beispiel, ich glaube beim letzten war das, dass sie ein Zoom-Objektiv hatten. Das hatte so zwei, das heißt, man hatte quasi zwei Brennweiten, zwei optische Brennweiten innerhalb eines Zoom-Ranges. Ich weiß es nicht mehr, 70 und 100 Millimeter oder so. Also technologisch neu eigentlich sowas. Von so her sehr, sehr spannend. Bin ich gespannt, was die rausbringen, weil ich auch mal gerne schaue. Ich bin zwar ein iPhone-User, aber ich schaue natürlich auch mal gerne, was die anderen machen. Einfach auch, was optisch geht oder was technisch geht, sage ich mal so. Gerade Zoom-Objektive in dem kleinen Gehäuse. Das ist ganz verrückt, wie sie das machen. Es wird dann so rumgelegt, quasi quer, weil das Objektiv, wenn das das Handy ist, dann liegt das Objektiv irgendwie quer da drin und wird dann über Spiegel so quasi umgelenkt. Kompliziert, aber faszinierend, was da so geht. Und wenn du ein Android-Handy hast, also am 11.05. kommt mutmaßlich das Xperia. Das ist in sechs Tagen. Soviel zu den Industrie-News. Wir gehen rüber zu Instagram. Nicht vergessen, das Hashtag ranzumachen, Wiesner-News, damit ich mir die Bilder anschauen kann. Marcel Braun aus dem Saarland. Der ist unterwegs mit der Canon 5D und dem 100mm 2.8 Makro. Ja, das ist schön, oder? Also tolle Farben, ganz, ganz tolle Farben. Mit dem Orangisch-Rot im Hintergrund und dann halt diese bläulich-violetten Blumen da vorne. Puh. Also ich bin ja nicht so ein Blumen-Fan oder so, aber das ist jetzt einfach wirklich schön. Also wirklich schön. Also ganz toll, Marcel. Die Farbkomposition und so. Also eigentlich ein langweiliges Foto quer auf die Blume. Ist ja nicht spannend, aber ja. Aber, aber. Also wirklich toll, Marcel. Hat mir ganz, ganz toll gefallen. Auch schön, Axel Sartorius, der war in Michelstadt im Odenwald unterwegs und hat diesen schönen Baum im Rapsfeld gefunden. Ich schaue tatsächlich, ich habe neulich schon ein Bild gezeigt, Rapsfeld, seitdem bin ich immer am Schauen. Rapsfelder hat es hier natürlich so ein paar, aber da wäre jetzt im Hintergrund einfach ein Wald. Weil bei uns ist flach und da hast du das Feld und dahinter das Wald. Und wenn du einmal keinen Baum hast und dahinter das Wald, dann siehst du den Baum ja nicht vor Wald. Das ist bei uns wirklich ein Problem, weil solche Hügel, bei uns wäre das ja ein Berg. Haben wir halt hier nicht wirklich, weil immer Wald dahinter. Naja, also Gratulation, Axel. Schön gesehen, auch mit dem Himmel dahinter und so. Bei so einem Bild, da will man natürlich am liebsten bewölkt, dunkle Gewitterwolken und dann so ein paar Sonnenstrahlen, so am liebsten so auf dem Baum oder so. Hat man ja nie, aber hätte man gerne. Also schön gesehen, Axel. Und dann gab es ganz, 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 ganz viele Vogelfotos. Im Moment sind Küken unterwegs und ganz viele Vögel unterwegs und ihr seid scheinbar alle unterwegs, fotografiert Vögel. Und der Chordes-Fotografie, der Herr zum Beispiel war draußen mal wieder und an einem Teich und hat da halt eine Gans, ist das wahrscheinlich, eine Gans mit ein paar Küken fotografiert. Ganz ein bisschen bewegungsunscharf, macht aber gar nichts in dem Fall, Stimmungsbild. Also schön gesehen, gerade so gegen Licht, morgens unterwegs oder abends halt, gegen Lichtsituationen mit der Spiegelung drin, also wieder, ist natürlich sehr, sehr schön. Der obere Teil vom Bild ist halt jetzt einfach schwarz. Ich weiß nicht, wie das Originalbild aussieht. Ich persönlich hätte den Bildausschnitt ein bisschen versucht, anders zu machen oder zumindest anders zuzuschneiden, weil ein Drittel vom Bild ist schwarz. Also einfach schwarz. Das hätte ich reduziert. Nichtsdestotrotz, genauso ein sehr ähnliches Bild habe ich gestern mit einem Schwan gemacht. Ich bin unterwegs im Moment mit dem Sigma 150-600, weil ihr mich so lange genervt habt, dass ich damit auch immer ein Review mache und ich habe das tatsächlich auch gekauft, schon vor einiger Zeit. Also habe ich mich mal aufgerafft und war damit unterwegs, habe einen Schwan fotografiert, ähnliche Situationen und habe genau darüber nachgedacht, als ich da saß, wie bringe ich das hin, weil das Problem ist tatsächlich nicht so einfach zu lösen. Weil du willst eigentlich tief gehen, damit du eine Silhouette hast, aber wenn du tief gehst, hast du eigentlich immer, dahinter ist ja wahrscheinlich Wald, bei mir war Wald dahinter, da hast du immer eine Wald dahinter und dann ist der halt schwarz einfach eventuell. Das heißt, man muss es eigentlich so ein bisschen hinkriegen, dass da noch ein bisschen Licht reinkommt, dass man den Wald auch noch so ein bisschen sieht oder halt Bäume, Büsche, Schilf, was auch immer da ist. Ist gar nicht so einfach, tatsächlich das hinzukriegen und der Schwan hält ja nicht still, der schüttelt dann weg irgendwann oder greift dich an oder viel auch immer. Also gar nicht so einfach und das hat er halt das schön gesehene, Akkord ist. Also ist ein schönes, stimmungsvolles Foto. Dann noch Team Wiesner. Werbung in eigener Sache. Es gibt neu bei YouTube. Kennst du vielleicht noch nicht? Kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Bin ich letzte Woche drüber gestolpert. Ist ganz neu. Super Danke. Du kannst unter normalen Videos, wenn du sagst, dieses Video war besonders nützlich, dann kannst du Super Danke klicken und mir 5 Euro spenden oder sowas. Davon kriege ich 70% und 30% gehen zu YouTube. Also du könntest mir also tatsächlich ein Bier ausgeben. Dankeschön. Also wenn du mal wieder ein YouTube Tutorial von mir schaust, das Gefühl hast, ja, das hat mich weitergebracht, das ist 5 Euro wert, lass doch gerne ein Super Danke da. Die Funktion habe ich angeschaltet. So. Und dann, ganz groß natürlich gleich das Bild an der Wand, aber vielleicht noch ganz kurz, wir haben ein Video gemacht mit dem Jürgen Boris zum Thema Canon 1200 Millimeter. Das war einfach mal interessant. Also kostet 24.000 Euro. Das wird sich jetzt wahrscheinlich niemand von uns kaufen. Zielgruppe dafür natürlich super klein, auch deswegen natürlich so teuer, weil das kaufen dann wahrscheinlich nur die Agenturen, ich weiß es nicht. Aber natürlich total spannend, sowas auch mal zu sehen und auch tatsächlich zu sehen, dass das gar nicht zwingend gut ist, im Sinne von, es ist einfach zu viel Tele. Der Einsatzbereich dafür wird halt auch sehr, sehr klein. Guck mal durch ein 1200 Millimeter Objektiv durch. Ja, da siehst du super wenig. Wären so ein 800er da, ich habe ja neulich ein Video gemacht mit dem Willi Rolfes, mit dem 800er von Nikon. Das kostet, du kannst das 800 Millimeter kaufen plus die Nikon Z9 plus ein Auto und dann bist du bei 24.000. Also es ist halt eine ganz andere Preislage und viel praxisrelevanter, weil ein viel größerer Einsatzbereich. Aber wenn du die 1200 Mal brauchst, ja klar, dann kommt da auch nichts ran. Das ist mir sehr aufgefallen, weil ich habe das 600er Sigma, also 150, 600. So, jetzt denke ich ja, das Sigma kostet halt ein Zwanzigstel. Also ich könnte mir für den selben Preis 20 Sigmas kaufen und immer mal irgendwo eins liegen lassen, wenn ich keine Lust habe, das mir nach Hause zu schleppen, lasse ich einfach liegen. Im Grunde, oder? Also man denke so ein bisschen, weil viele von euch haben hier geschrieben, sind damit super happy und es ist tatsächlich erstaunlich, was da rauskommt für den Preis. Aber es kommt nicht das Gleiche raus. Also obwohl ich 600 habe und nicht 1200, seine Bilder sind viel schärfer, viel klarer, also man sieht sofort, welches Objektiv teurer ist. Weil wir haben ähnliche Fotos gemacht, weil wir am selben Spot standen und obwohl er viel mehr Luft dazwischen hat, weil mehr Luft dazwischen ist schlecht für die Bildqualität. Obwohl er viel mehr Luft dazwischen hat, sind seine Fotos ganz anders, als ich meine. Und dann meine ich nicht Bildkomposition, sondern tatsächlich optische Qualität fällt sofort ins Auge. Also das ist schon, das ist schon auch echt gut. Aber ja, wer hat 24.000 Euro und wer will das Ding schleppen? Das ist wieder das, ne? Aber es war interessant, technisch einfach interessant. Dann reden wir jetzt endlich nicht um den heißen Brei herum, sondern Zielfoto, Menschen fotografieren. Das ist gedruckt. Ich habe tatsächlich auch ein Exemplar, das noch nicht gebunden ist. Da hat er die Druckerei mir zugeschickt. Das liegt gerade bei der Schwiegermutter zum Lesen. Sie ist begeistert, aber das, naja, ist halt die Schwiegermutter, die ist natürlich immer begeistert von dem, was ich mache, weil sie nett ist, ne? Aber sie ist begeistert. Neben meiner Mama, mein größter Fan. Der Vorverkauf ist gestartet. Der Vorverkauf ist 2 Euro auch reduziert. Der geht bis zum 18.05. Wir kriegen das am 20. voraussichtlich und fangen dann am nächsten Tag, am 21. fangen wir an einzutüten und zu verschicken. Das geht dann auch sehr zeitnah. Wir bemühen uns das möglichst schnell dann rauszuhauen und zwar eine Reihenfolge der Bestelleingänge. Also wer früh bestellt, kriegt es auch früher und dann hören wir auf, begrenzte Auflage für die Vorverkauf. Dann hören wir auf, hatte ich schon gesagt und dann geht der reguläre Verkauf erst im Juli los, weil wir Sommerpause machen und das jetzt halt da so ein bisschen reingerutscht ist. Die war geplant und so. Naja, ist halt so. Das heißt, wenn du es dringend brauchst, dann jetzt im Vorverkauf bestellen und ansonsten dann halt eben erst im Juli. Für den Vorverkauf habe ich auch die Porto-Grenze reduziert. Für ab 40 Euro kein Porto innerhalb Deutschlands. Das heißt, wenn du noch ein zweites Magazin dazu nimmst, dann sparst du die 4 Euro Porto. Mich kostet das wirklich 4 Euro. Also Porto und der Karton kosten mich tatsächlich über 4 Euro. Also das ist auch was, was ich einfach nur 1 zu 1 und nicht weitergebe. Und bei den Österreichern zum Beispiel mache ich tatsächlich Verlust. Ich nehme 7 Euro Porto nach Österreich. Die Post nimmt über 7 Euro von mir plus nochmal 80 Cent für den Umschlag. Ist halt, wie gesagt, Karton ist teuer geworden und Porto leider auch. Aber soll kein Jammern sein, nur wegen Verständnis. Also ich freue mich über ganz viele Vorbestellungen. Und ansonsten würde ich sagen, bleib gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Schon wieder 20 Minuten, ne? Ich kann mich einfach nicht kurz halten. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Bis nächste Woche. Tschüss.